Will meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner mich zurück? Was sind die Anzeichen dafür? Das ist wahrscheinlich eines der größten Themen, die sich ganz viele Menschen in Rückeroberung stellen oder wenn es darum geht, die Beziehung zu retten. Aber auch gleichzeitig eine der unsinnigsten Fragen, die du dir stellen kannst, die auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass da noch Arbeit zu tun ist an bestimmten inneren Prozessen. Warum, das möchte ich dir jetzt in diesem Video nach Möglichkeit ausführlich erklären. Verstehe mich nicht falsch, aber das Erste, was du verstehen musst, ist, dass es so gut wie unmöglich ist, vorherzusehen, also in irgendeiner Weise vorherzusehen, welche Anzeichen welche Bedeutung bei einem anderen Menschen haben. Es gibt so ein paar grundlegende Anzeichen, mit denen könnte man arbeiten, aber es ist so gut wie unmöglich, einfach deswegen, weil es total situativ ist. Also ich könnte dir jetzt sagen, das Anzeichen bedeutet das, das Anzeichen bedeutet das, das Anzeichen könnte das bedeuten, aber Wissen tue ich es ganz einfach nicht. Niemand tut das. Für mich ist deswegen die Frage viel interessanter. Was in dir stellt sich denn überhaupt die Frage, was da welche Anzeichen zu bedeuten haben? Ist es nicht so, dass wenn du jetzt in einem emotionalen Zustand von glücklich sein wärst, Unabhängigkeit wärst, Zufriedenheit wärst, dass du dir diese Frage danach, ob der Ex-Partner oder Ex-Partnerin dich vermisst, viel weniger stellen würdest, dass sie für dich viel unrelevanter wäre? Unrelevanter deswegen, weil du mit deiner inneren Zufriedenheit und mit deinem inneren Glück an einem Punkt wärst, an dem du dich schon so gut fühlst, dass du ihn oder sie gar nicht mehr so sehr bei dir bräuchtest. Weil die Stimme, die eigentlich danach fragt, wie sich der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin gerade fühlt oder was er oder sie gerade für dich fühlt, das ist die Stimme, die irgendwo noch den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin braucht, um sich mehr in der Liebe zu fühlen, um sich mehr geliebt zu fühlen, die irgendwo noch ganz starken Liebeskummer hat und eben in diesem Zwiespalt ist, ich brauche mein Gegenüber, um mich jetzt in diesem Moment glücklich zu fühlen, ich muss deswegen jetzt unbedingt wissen, was diese Anzeichen dazu bedeuten hat oder ob er oder sie mich überhaupt noch liebt. Ich brauche jetzt irgendwie eine Antwort auf diese Frage. Dass dieser Ansatz am Ende aber der komplett falsche ist, weil du durch diese Frage etwas in dir näherst, was die gesamte Rückeroberung erschwert, nämlich Mangelbewusstsein. Dein Mangelbewusstsein heißt ja, ich bin im Mangel und ich bin nur dann in der Fülle, wenn der Ex-Partner und die Ex-Partnerin wieder bei mir ist. Das ist das, was die meisten dabei übersehen. Und gleichzeitig ist genau das eines der größten Zerstörer in Rückeroberungen. Im Übrigen, wenn auch du dich gerade in so einer Situation befindest, dann mein, mein oder gerade eben auch diese Fragen hast, dann wirklich meine Empfehlung, mach den Test aus der Videobeschreibung, füll ihn aus, schicke ihn mir zu, in der Folge bekommst du ein Coaching. Genau wie dieses hier, ein Video, das ich dir zuschicke, nehme ich deinen Namen, nenne und dir wirklich Hilfestellungen gebe, was für dich jetzt wichtig ist und eine kostenlose Einschätzung. Also nutze diese Möglichkeit, ist für dich komplett kostenlos eine tolle Lösung, um eben eine Einschätzung zu bekommen. Füll dafür einfach den Fragebogen aus der Videobeschreibung, ausschicke ihn mir zu, dann bekommst du diese kostenlose Einschätzung von mir. Kannst auch noch weitere Fragen per E-Mail an mich richten, ist überhaupt kein Problem. Nehm so viel, wie du möchtest, da helfe ich dir von Herzen gerne weiter. Die Fragen, die für dich viel wichtiger sind und viel relevanter sind, beziehen sich auf ganz andere Sachen. Sie beziehen sich vor allem darauf, was brauche ich, um nicht mehr unglücklich zu sein, jetzt, in diesem Moment. Und da ist einfach alles erlaubt, außer der Ex-Partner und die Ex-Partnerin. Das ist das, was die meisten komplett übersehen. Was ist für mich genau jetzt in diesem Moment relevant, genau in diesem Moment, was braucht mein Herz jetzt, damit ich glücklich bin, außer der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Das ist der emotionale Zustand, den wir unbedingt erreichen wollen und erreichen müssen. Das ist ein emotionaler Zustand, in dem du dir diese Frage nach Anzeichen dafür, dass der Ex-Partner und die Ex-Partnerin dich gerade liebt oder nicht liebt, überhaupt nicht mehr stellen würdest. Die Frage wäre für dich einfach nicht mehr relevant, sie wäre für dich nicht mehr interessant, weil du einfach schon, ich sag mal so, weil du schon in einer Zufriedenheit bist mit dir selbst, in der du ihn oder sie gar nicht mehr brauchst. Und das bedeutet nicht, dass du den Ex-Partner und die Ex-Partnerin vergessen hast oder nicht mehr liebst. Das ist eine große Erörterung. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet vor allem, dass du weniger im Mangelbewusstsein bist und viel mehr in der Fülle bist, viel mehr in der Zufriedenheit bist, viel mehr angekommen bist in dir selbst, bei dir selbst und dort glücklich bist. Versuch dich also mit den Dingen zu beschäftigen, die jetzt für dich relevant sind. Und das sind nicht die Dinge, die dein Mangelbewusstsein weiter wachsen lassen, die dein Mangelbewusstsein weiter schüren, die dafür sorgen, dass du immer mehr in die Fragestellung kommst, die aus einem Ungenügen kommt. Eben danach, ob der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin derzeit noch Gefühle für dich hat und was für Anzeichen eben dafür sprechen. Beschäftige dich mit den wirklich relevanten Fragen. Was brauche ich gerade? Was ist jetzt was? Wo müsste ich jetzt sein in meinem Leben? Mal dir das richtig in deinem Kopf aus. Bau dir das richtig auf. Wo müsste ich jetzt sein in meinem Leben? Damit ich glücklich wäre, unabhängig wäre oder sie trotzdem noch lieben könnte und erfüllt wäre. Wo müsste ich da stehen? Was müsste ich haben? Welchen Beruf müsste ich machen? Wie müsste mein soziales Umfeld aussehen? In welcher Stadt müsste ich leben? Was für Dinge müsste ich tun? Was für Hobbys bräuchte ich dafür und so weiter? Mach deine richtige Liste, wo du dir bewusst wirst, wo wäre ich eigentlich glücklich und erfüllt. Und dann überlege dir ganz genau, was zwischen diesem, sag ich mal, Soll-Zustand und diesem Ist-Zustand dazwischen liegt. Also was müsstest du jetzt alles an Dingen tun, um genau in diesen Zustand, in diese Lebenssituation zu kommen, die dich so extrem erfüllen würde, dass du dir diese Frage danach, ob das jetzt Anzeichen sind, ob er oder sie mich liebt, überhaupt nicht mehr stellen würdest. Und erst dann wirst du anfangen, die Dinge zu tun, die wirklich relevant sind, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind, die Dinge zu tun, die für dich wichtig sind, die dich in die Unabhängigkeit bringen, die dich in die Persönlichkeitsentwicklung bringen, die dich in die Transformation bringen. Und ohne Transformation, wie soll es dann möglich sein, eine Ruckeroberung zu schaffen? Wie soll es möglich sein? Der Ex-Partner hatte Gründe, dich zu verlassen. Und Persönlichkeitsentwicklung und Transformation passiert vor allem an diesen Trennungsgründen, also entlang dieser Trennungsgründe. Und erst wenn das passiert, entsteht auch eine Chance darauf, ein Potenzial darauf, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partner im Kontakt, irgendwann in der Ferne merkt, wow, es gibt mehr und mehr Gründe, mit dir erneut in eine Beziehung zu gehen. Und Hauptgrund Nummer eins ist dann mit Sicherheit deine Zufriedenheit, deine Unabhängigkeit, dein Selbstbewusstsein und eine Lebensart, die komplett befreit ist vom Mangelbewusstsein. Im Internet blindlinks nach Anzeichen zu suchen, ist also der komplett falsche Weg. Natürlich gibt es das eine oder andere Anzeichen, mit denen du arbeiten kannst, das sind aber Anzeichen, die offensichtlich sind. Und damit kommen wir auch zum nächsten ganz wichtigen Punkt. Wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dich wirklich liebt, wenn da wirklich Anziehung zwischen euch beiden ist, dann kannst du dir zu 100% sicher sein, dass du Signale bekommen wirst und Anzeichen bekommen wirst, die eindeutig sind. LDC wird es transportieren, dass wir noch Gefühle sind und wird es deutlich zeigen, wird es dir sagen, wird vielleicht Briefe schreiben, SNS schreiben, sich öfters treffen wollen, sich öfters sehen wollen und so weiter. Das sind alles Anzeichen, die total offensichtlich sind, wenn Anziehung da ist. Und das geht dann meistens auch so weit, dass man irgendwann diese drei Worte, ich liebe dich, auch ausspricht und eben zusammenfindet. Allein die Unsicherheit, ob er oder sie dich liebt, treibt sich ja überhaupt erst dazu, dir diese Frage zu stellen, ob da noch Gefühle sind und wie ich das erkennen kann. Wobei halt genau diese Unsicherheit immer ein Hinweis auf Mangelbewusstsein ist. Dann wäre da Sicherheit, dann würdest du dir diese Fragen nicht stellen. Du wirst glücklich, du wirst zufrieden, du wirst unabhängig, du wirst bei dir selbst. Du bräuchtest den Ex-Partner und die Ex-Partnerin maximal, um noch ein Stückchen glücklicher zu sein, von dem Glück, das du sowieso schon in dir und mit dir teilst. Und das ist genau der Ansatz, der der richtige ist. Deswegen Fragen dieser Art, Fragen, die aus dem Mangelbewusstsein kommen, warum Fragen beispielsweise, wenn man sich Vorwürfe macht, wenn man die ganze Zeit geplagt ist, von der Angst, nicht gut genug zu sein, von der Angst, verlassen zu werden und so weiter, dann schürst du immer, wenn du dir diese Frage stellst, immer wenn du dort eine Antwort suchst, dann schürst du automatisch in dir dein Mangelbewusstsein. Dein Mangelbewusstsein wächst weiter. Du konzentrierst dich auf diesen Mangel. Du konzentrierst dich darauf, diesen Mangel zu lösen durch etwas, das im Außen gedeutet werden kann oder im Außen passieren muss. Die Lösung dafür ist aber das, was im Inneren passiert. Das heißt, dass du in eine Lebenssituation kommst und einen emotionalen Zustand, der dich unabhängig glücklich macht. Und ist die richtige Fragestellung, um unabhängig glücklich zu werden, an den Ex-Partner, die Ex-Partner, ob er oder sie noch Gefühle für dich hat, ist das die Frage, die du dir stellen musst, um unabhängig von ihm oder ihr wirklich glücklich zu werden? Ganz genau. Es ist nicht die richtige Frage, die du dir stellst. Die richtige Frage, die du stellst, bezieht sich immer auf das, was du gerade brauchst. Was brauche ich gerade? Was brauche ich hier, damit ich trotz dieser ganzen Situation, trotz des ganzen Trennungsschmerzes, trotz der gesamten Trennungsumstände mit mir selbst erfüllt und glücklich sein kann, unabhängig vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Was brauche ich dafür? Was muss ich tun? Wo muss ich da hinkommen? Wie setze ich das um so? Erst wenn du dich mit diesen Fragestellungen intensiv auseinandersetzt und auch wirklich beschäftigst, sie ernst nimmst, wirklich auch mit Achtsamkeit auf deine Gedanken schaust, im Rückeroberungsprozess heißt dir eben bewusst, dass du diese Fragen nicht mehr stellst, sondern dich bewusst anderen Fragen widmest, wirst du feststellen, sofern du den gesamten Prozess der Transformation wirklich ernst nimmst, dass diese Frage nach Anzeichen vom Ex-Partner, der Ex-Partner, ob da eben noch Gefühle sind, für dich immer unrelevanter wird. Du lässt ihn oder sie, wo er oder sie gerade ist und du bist trotzdem zufrieden und glücklich mit deinem Leben. Und genau das ist es auch dann, was meistens die Anziehung erst wieder erzeugen kann. Gerade wenn du die Trennungsursachen, die euch beide begleitet haben, zusätzlich noch ernst nimmst und dir genau anschaust. Für dich ist es deswegen unglaublich wichtig, den Fokus auf das zu haben, was du in dir brauchst, um mit dir selbst noch glücklicher zu werden, um dich noch besser annehmen zu können und eine innere Zufriedenheit aufzubauen, die dich vom Ex-Partner und der Ex-Partnerin unabhängig macht. Und das sind auch die Fragestellungen, die du eigentlich in der YouTube-Suche eingeben solltest. Das sind die Videos, die du dir anschauen solltest, die Themen, die interessant sein sollten. Nicht etwa irgendwelche Anzeichen, die dann gedeutet werden, da wird gekrübelt und da wird geschaut, okay, vielleicht trifft das und das und das zu. Du bist dann in deiner gesamten Grundenergie, komplett im inneren Kind, komplett in dieser Besessenheit, komplett in dieser Angst, nicht gut genug zu sein, Angst vor Verlust. Also nennen wir es einfach Mangelbewusstsein, in diesem Mangelbewusstsein drinnen. Und es muss eben auch im Kopf schon anfangen, nicht nur im Außen irgendwie mal, wenn da Dinge ändern, sondern es muss im Kopf anfangen, die Denkweise muss sich da ändern. Der erste, du stehst du morgens auf und der erste Gedanke ist nicht, ah, liebt er oder sie mich noch, der erste Gedanke ist, was brauche ich jetzt, um richtig glücklich in den Tag zu starten? Was brauche ich jetzt? Schon wenn du aufstehst, so der erste Gedanke, was soll ich jetzt tun, damit sich das gut anfühlt in meinem Leben und mit mir selbst. Und das sind schon, das sind die ersten Dinge, die anfangen. Und das ist ein Gedanke, mit dem kannst du dich dann auseinandersetzen und beschäftigen, statt damit, welche Anzeichen der Ex-Partner und die Ex-Partnerin von sich gibt und was sie bedeuten, wie du sie deuten solltest. Langfristig würde das auch eine Rückeroberung viel mehr kaputt machen. Transformation fängt eben im Gedanken an, im Außen, in der Emotionswelt und so weiter. Genau, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen darüber aufklären. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an, über das System hier, über die Kommentarfunktion, lass mir gerne auch ein Abo da, mach den Test für den Aus, schicke mir zu, dann bekommst du wirklich ein 1 zu 1 Coaching mit mir persönlich, in dem ich dir nochmal weiterhelfen kann. Und dann bis später. Ciao.